Ich bin ein Hindernisläufer und ich muss sagen, ich bin ja davor total skeptisch gewesen, zu der Bauinsole, habe das aber dann ausprobiert und um das herauszufinden, ob das jetzt wirklich funktioniert, von meinen Sachen her überhaupt nichts geändert. Ich habe einfach die Bauinsole verwendet, ein paar Wochen, Monate. Die Trainingseffizienz ist sicher gestiegen. Ich kann mir einfach in gewissen Trainings auch Zeit sparen, weil mir die Bauinsole extrem hilft beim Aufwärmen und bei der Regeneration. Untertitelung des ZDF für funk, 2017